hallo liebe freunde der panzerrei heute möchte ich euch einen kurzen blick auf eine feldmodifikation aus der ukraine vorstellen denn das fahrzeug welches ihr gerade auf dem bildschirm seht wurde am 13 8 2022 vom ukrainischen generalstrap auf ihrer facebook seite vorgestellt es war mir zudem möglich von einem amerikanischen freiwilligen der in der ukraine kämpft noch einige zusätzliche detailbilder und informationen zu bekommen und daher mache ich nun dieses video und sonst hätte ich kein video gemacht weil zum beispiel der sehr gute englische kanal die amorous bench schon ein video gemacht hat allen die englisch können kann ich diesen kanal nur wärmstens empfehlen link in der video beschreibung das gezeigte fahrzeug fand ich auf jeden fall gleich interessant weil es uns panzer fans natürlich sofort an die etwas improvisierten deutschen panzerjäger des zweiten weltkriegs erinnert also zum beispiel den marder 2 und ganz besonders den marder 3 damals wurden als basis die fahrgestelle nicht mehr ganz moderner panzer für die modifikation genutzt ziel war es panzerabwehrkanonen mobiler zu machen bei diesem neuen fahrzeug aus der ukraine wurde als basis ein mtlb genutzt und eine mt 12 rapierer panzerabwehrkanone oben aufgesetzt bei dem mtlb handelt es sich um ein leicht gepanzertes mehrzweck zugmittel das zu zeiten der sowjetunion in scharkiv entwickelt wurde der mtlb kann aus westlicher sicht vielleicht noch am ehesten mit dem m 113 verglichen werden weil beide am ende leicht gepanzerte boxen auf ketten waren von denen es viele verschiedene versionen für viele verschiedene zwecke gab und gibt in der nva wurde der mtlb auch eingesetzt und zwar unter anderem um die panzerabwehrkanone mt 12 zu ziehen also genau den kanonentyp der nun in der ukraine auf das fahrzeug gesetzt wurde bei der mt 12 rapierer handelt es sich um eine gleitrohrkanone im kaliber 100 mm die anfang der 1970er jahre im warschua pakt eingeführt wurde ein paar mehr details dazu in diesem video dass ich über die sowjetischen panzerabwehrkanonen im kalten krieg gemacht habe laut der verlaubbauen des ukrainischen generalstabs handelt es sich bei dem mtlb und der kanone im video um russische beutestücke demnach wurde dieses fahrzeug mit namen kraken von soldaten in eigenregie entworfen und gebaut und zwar anfang august im südabschnitt mit der front im raum mikolaiv seitdem soll es im einsatz stehen der name kraken ist allerdings auch der name einer ukrainischen einheit es könnte also sein dass es nicht der name der selbstfallafette sondern der erbauenden einheit ist der bau der selbstfallafette lief laut meiner quelle wie folgt ab zuerst wurden einige ösen das dach am heck des mtlb gebrannt damit dieses nach dem abtrennen des restlichen daches abgehoben werden konnte danach wurde das fahrgestell mit einigen stahlteilen wieder gestärkt laut aussage meiner quelle wurden dann der mg turm an der front des mtlb abgehoben sowie die bettung für die kanone eingebaut und die kanone installiert abgerundet wird das ganze durch zwei hydraulisch betätigte erdsporn diese wurden von der lafette der mt 12 recycelt meine quelle war sich nicht sicher meinte aber das hydrauliksystem ist teil der modifikation und war vorher nicht teil des mtlb interessant ist dass die maximale zuladung des mtlb bei zwei tonnen liegen soll das gewicht der mt 12 liegt aber leicht über drei tonnen zusammen mit der bettung für die kanone und den sonstigen verstärkungen minus dem dach und dem mg turm sollte der mtlb auf jeden fall in summe deutlich schwerer geworden sein der grund für den bau dieses fahrzeuges dürfte sein dass man damit schneller die feuerstellung wechseln kann als wenn man die mt 12 als gezogenes geschütz einsetzt den aufmerksamen unter euch wird schon aufgefallen sein dass das fahrzeug auf den fotos einen anderen tarnanstrich hat als das im video und laut meiner quelle darf man sagen dass mehr als eines dieser fahrzeug gebaut wurde wie viele genau ist natürlich geheim aus dem gleichen grund sind die fotos auch teilweise geschwärzt im video schießen die ukrainischen soldaten das geschütz in verschiedenen rohrerhöhungen ab nutzen dazu eine leine ich würde vermuten dass es sich dabei um aufnahmen der erprobung dieses fahrzeuges handelt ansonsten scheinen mir die zuschauer zu entspannt und die rohrerhöhung bei vielen schüssen zu gering zu sein beim thema rohrerhöhungen sind wir auch schon bei einer frage die sich viele beim ansehen dieses videos gestellt haben und die lautet ob die ukraine diese selbstfaller fette als jagdpanzer oder eher als mobile artillerie einsetzen wollen in sachen panzerabwehr ist festzustellen dass die rapierer mit ihrer standard munition gegen moderne panzer im frontalbeschuss nicht mehr über eine ausreichende durchschlagsleistung verfügt laut meiner quelle sollen diese selbstfaller fetten den ukrainischen soldaten helfen russische feldstellungen zu zerstören die panzerabwehr oder panzerjagd steht also nicht im fokus sondern die indirekte feuerunterstützung der infanterie auf distanz eine rolle in der die mt 12 in der ukraine in der vergangenheit schon öfter gesehen wurde und eine rolle die sowjetische multifunktionskanonen wie die berühmte radspum aus dem zweiten weltkrieg schon immer in ihrem aufgabenprofil hatten aber meine quelle hat mir auch erzählt dass sie in seinem abschnitt aktuell weniger mit modernen kampffanzern zu tun haben und eher gegen schützenpanzer wie den bmp 2 oder bmd 4 und ähnliches kämpfen gegen solche fahrzeuge kann die mt 12 wiederum mit erfolg eingesetzt werden es gibt in der tat auch videos aus der ukraine wo artilleristisch eingesetzte mt 12 solche fahrzeuge zerstören man sollte auch bedenken dass panzer an den seiten und am heck deutlich schwächer gepanzert sind und hier könnte mt 12 auch eine chance haben wenn die situation es erlaubt kann diese selbstfaller fette also sicher auch panzerfahrzeuge angreifen und ihnen gefährlich werden zu den nachteilen bei diesem fahrzeug gehört er nun deutlich höhere aufzug des mtlb und die tatsache dass die geschützbedienung ihre arbeit ohne schutz vor feindbeschuss zu den seiten und nach oben hin machen muss ähnlich eben auch wie bei den deutschen selbstfaller fetten im zweiten weltkrieg es bleibt abzuwarten was wir in zukunft noch von diesem fahrzeug sehen werden und wie effektiv sie sein werden das war's für heute demnächst gibt es mehr videos zu panzern und anderen themen ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal